Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egonson und begrüße euch recht herzlich zu Let's Play Papers Please. Ein antikrianischer Whistleblower ist gestern angekommen und sofort wieder verschwunden. Ich gehe mal davon aus, dass das der Typ mit der Uhr war. Tja, wäre mal zu Hause geblieben. Also, ein Bike Attack at Dress Team Checkpoint, ah ja der, der Anschlag von gestern. Und die Extremisten, äh, werden, werden mutiger, ja. Christine Like Magnet. Was? Christine Like Magnet? Christine, wie, wie ein Magnet für Terroristen? Das kann sein. Ja, wir tun auch nichts dagegen, irgendwie Counter-Terrorism-mäßig. Ah, schön, mal einen Tag, wo es nichts Neues gibt, aber ja, der Chef ist, ah ne, die Wache ist da. Mann, hier ist mehr Action als im Krieg. Ich habe ein Kollege, ja, fünf Jahre gekämpft. Und du glaubst, dass das hier schlecht für Azotska ist. Es ist zehnmal schlimmer nach Zeskia. Äh, ich blame sie nicht, also ich mache ihnen keinen Vorwurf, was hierher kommen. Aber egal, du machst deinen Job gut. Weiter so, viel Spaß beim Schießen. Und wie wir schießen. Jetzt sind die Sharpshooter. Guten Morgen, die Papiere bitte. Wo ist ihr ID-Supplement? Why does require an ID-Supplement? Hier, it is, give it to me. Es ist noch gültig. Lange Haare, 60 Kilo, 1,79. Das ist schon mal gut. Können wir sagen, ich hier, ach, das lasse ich hier. Ich ändere jetzt hier nicht mehr das, die Taktik. 73, gültig, gültig, transit, zwei Tage, stimmt das? Äh, ja. Lyle Conway. Lyle Conway, female, bist du gesucht? Nein. Äh, bonjour, die... Das hat auch gestimmt. Hier, die, 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 die ID, die Nummer, die... Ne? Passnummer. Genau. Ne, was war? Invalid Description. Invalid, Invalid Description? Oh, ich hätt mit jedes Mal... Ich denk's mir immer noch... Ey, wenn's das nicht gleich rausgeben, stimmt was nicht. Zack, stimmt was nicht. Alexandra Dektyarev. Alexandra Dektyarev. Du wirst nicht gesucht. Siehst aus wie auf dem Foto. Und für Arztotzka... Ist das hier auch? Wichtig. Aus Impor kam sie. Aha. Ich frage mich, was sie hier macht. Hohe Politik. Die Papiere, bitte. Das ist schon lange. Hasse Philipp. Philipp hasse. Paradisch na. Kenn ich. Weiß er nicht, aber passt schon. Ich bin sehr upset. Mein Coach. Und... Ähm... Achso, er hier. Er will sein Bannerback. Zehn! Ja klar, hier hast du. Zehn Credits. Ja, wir haben jetzt ein Münchenmeer zu füttern. Da machen wir doch jeden... Oh, wobei... Hm, ich frag mich, ja... Ich frag mich, wenn wir jetzt gesagt hätten, nö. Aber wie soll mir denn nö sagen? Ob er dann mit Merkel gekommen wäre. Ja, genauso wie die Terroristen. John Hinchcliffe. John Hinchcliffe. Das sieht mir... Die H-Linie sieht anders aus. Ähm... Das bin ich... Vergiss das. What? No Correlation? Jetzt aber. Kinders. Kinders. Das wollt ihr mir doch nicht sagen, dass das nicht... Also. Ich weiss ja nicht. Ähm... Stimmt. John Hinchcliffe. Discrepancy. Oh, doch. Detected. Was? Sieht doch aus wie die anderen. Ich weiß, was ich mal sagen soll. Wie wär's mit Aua? Hauen Sie bitte nicht so fest zu. Ja. Das war der 100 Pro. Naja, Sam. Wenn das war, dann haben wir ihn jetzt da. Eh. Nächster bitte. Ja. Lassen Sie sich bitte nicht erschießen auf den Weg hier rein. Da kann schon mal sein, dass... Ferris Michael hat ein Moustache. 72 Kilo. 1,78. Jo. Michael Ferris. RB Dingensbummens. Äh. Republiat. Da... Da ist... Ist gültig. Ist gültig. Ist gültig. Ist gültig. Moustache. Ferris. Äh. Stimmt. Sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Wirst du gesucht? Nein. Improved. Ding. 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 Hat er euch was gefehlt? Was hat er denn gewollt? Was hat er überhaupt gesagt, was er gemacht hat? Drei Monate. Na gut. Stimmt ja alles. Joji. Joji. Sorry. Phew. Was das war? Lucky for me. God was easy. Ja. Big money. But this reasonable man. Ah. Hier. Der hat sich rausgekauft. Hier vom letzten Mal. Alles gültig. Joji. Sehr gut. Pass auf. Wie viel wiegst du heute? 58. Joji. Probierst es wieder. Probierst es wieder, ne? Mensch. Du lernst auch nicht. Ein wahres Mysterium. Sicher. Joji. Maybe things get too sexy in here. Vielleicht wird es einfach so zu sexy hier drin. Joji. Da schauen wir mal, was wir heute mitnehmen. Was hast du? Was ist das, Joji? Sind das deine neuen Piercings? Deine neue Implantate? Oder was? Drogen? Sieht wie gutes Zeug aus. Warte. Ich gebe dir 10 Credits für die happy things with these square bits. Just a little harmless trucks. 10. Ja, aber ich kriege halt 5, wenn ich nicht die Tane, ne? Und wir fahren jetzt die Schiene. Not sure. Er ist nicht sicher, ob er das hier aufrechterhalten kann, wenn er nichts verkauft. Aber wir fahren die Schiene. Wir halten uns an Rest und Ordnung. Auch wenn das amoralisch ist. Aber ja, das liegt nicht an uns, das zu entscheiden. Das machen wir auch beim nächsten Durchgang. Lisette Svart würde gerne ein paar Tage Transit verbringen. Mit der Passportnummer. Sie ist female. Sie wird nicht gesucht. Sie hat glattes Haar. Wiegt 51 Kilogramm. Ist 1,74 groß. Lisette Svart, Chahodabu und San Marmero. Sieht gut aus, wenn du mich fragst. Adieu. Der nächste bitte. Hier kannst du auch wertvolle Sekunden sparen. Der war eh schon zu wenig hat. Schöner Schal. Mikkel oder so weiter hat er Republia. My presence was requested. Female. Jetzt probieren sie schon mit Diplomaten ausweisen. Ja. Dann schauen wir uns mal an, wie ein Diplomat nackig aussieht. Mit einem Nacktscanner. Ist er das? Guck mal. Passt das? Können wir da was? No correlation. Okay. Ha! Ha! Postgender sage ich dann nur. Willkommen in unserem schönen Land. Nächster bitte. Einen schönen guten Tag, der Herr oder Dame. Ich bin mir da heutzutage nicht mehr sicher. Ist aber gar kein Problem. Jeder nach seiner Fasson. No correlation. Also so langsam, paradisional, der gültig. 1,79, 66 Kilo. 1,79 Kilo. Liliana Aguilera. Aguilera. Das war wieder was Einfaches zwischendurch. Das gefällt mir. Ich hoffe mal, es war kein Fehler. Ja. Aber so könnte ich mir ein paar noch mehr vorstellen. Schon lange her, dass wir so einfache Dinge hatten. Es ist leider was übergewichtig. Nieren 70 Kilogramm bei 1,78. Bleibt einen Monat um. Verwandte zu besuchen. Einfach nur zu besuchen. Und ist noch gültig. Ist gültig. Ist gültig. 6 Ektat hat der Gluglorien. 4 Heidi Broschiki. Sieht aus wie auf dem Foto. Wird nicht gesucht. Und das Siegel sah auch gut aus. Ja. Sah alles gut aus. Papiere bitte. Wisst ihr Ding? Ola Fridowska. Ola Fridowska. Das ist bis, bis, bis. Ja doch, oder? Matching. Okay. 45 Kilo. Ach. Das ist ja mal. Feder leicht, Ola. Ola. Schauen wir mal. G1. Oh, oh, oh. Ola. What? Jetzt aber hier. Da. Weißt du was? Geh doch mal bitte hier in diese, in unsere Speisekammer hier vorne mit den Gittern vor dem Fenster. Dort kriegst du was richtiges zu essen. Dann kommst du auch von deinen neuen 45 Kilo wieder. Päppeln wir dich auf. So sind wir unterwegs. So sind wir. Das machen wir gerne. Ein paar der Probleme. Einen schönen guten Morgen. Ich würde dann gerne einmal den Ausweis gesehen. den Ilyana Hyatt. J.K. Ih, ne? Hanemu. Äh. Gültig, gültig, gültig. Gültig, gültig, gültig. 56 Kilo. 56 Kilo. Hatta, hatta, hatta. Bekommen wir sie noch durch, bevor andere... Aber sieht eh gut so aus, als ob alles stimmen würde. Bobtear. Ich hoffe, das war Bobtear. Und wenn nicht, wir haben eh nur eine Citation. Ja. Da geht ja schon klar, wenn wir auch mal einen Fehler machen. Rand... Das ist... Oh! Superschön. Ja. Wir haben 60 Dollar verdient. 10 Dollar Schwesternamen. Randfoodheat. Ja, Food ist tatsächlich 5 Dollar hochgegangen. Aber unsere Schwester. Ja, wir haben die... Das ist das Sparte von unserer Schwester bekommen. Die, sie... Das, das, sie wohl ihrer Tochter gegeben hat, die jetzt bei uns wohnt. Und wife, son, mother, uncle, niece. Unsere Nichte. 100 Kredits. Übelst nice. Polio resurfaces in United Federation. Isolated Diagnosis. Or something more. Something more. Also, Polio taucht wieder auf in der United Federation. Das bedeutet, wir werden höchstwahrscheinlich... Oh, da ist ein roter Mann. Oder Frau. Ein rotes Pixelwesen. Ihre Position ist wichtig. Und ihre Verantwortlichkeiten sind breit. Ihre Verantwortung ist breit. Follow all protocols strictly. Ja, natürlich. Machen wir doch eh. Warn the criminals. Okay, kein Polio für heute. Ich bin gespannt, was es mit diesem roten Mann auf sich hat. Düm, 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 düm. Die nächste bitte. Ein schönen guten Morgen. Ich hätte gerne da mal ihren Ausweis gesehen. Was ist denn der Grund für ihren Aufenthalt in unserem Ländle? Er bleibt ein paar Tage. XU hat da Puh. Matteo Germanowski. Matteo Germanowski. Tall forehead. Das stimmt allerdings. Das ist aber gar kein Problem. Das hat jeder Mann, der über viel Testosteron verfügt. Das ist sexy. Das trägt man jetzt. Herzlich willkommen. Mr. Tall forehead. Schade, dass ich gerade nicht mit Facecam spiele. Ich war beim Friseur. Und hab schon wieder ein Tall forehead. Papiere bitte. Khaled killed. Khaled killed two ASIC agents. Another assassin comes. Man in red. Okay. Carries info on all ASIC in Arstotzka. Cannot take chances. Must kill him today. We will provide opportunity. If succeed, you will be caught. Ja. Must sacrifice self for Arstotzka. Family will be safe. Das ist ein interessanter Ding. Aber die Zeit läuft. Okay. Dieser Mann in Rot ist ein Shoot to Kill. Da können wir jetzt die scharfen Waffen rausholen. Was machen wir? Das müssen wir mal überlegen. Dieser Mann in Rot ist ein Killer, der einen ASIC-Agenten umbringen will. Er verspricht uns jetzt, wenn wir ihn töten, später wird ein Anschlag auf jeden Fall passieren. Wenn wir ihn töten mit einer scharfen Waffe, dann werden wir gestellt. Und unsere Familie ist aber sicher. Da haben wir aber von Anfang an gesagt, wir werden nicht mit ihnen zusammenarbeiten, werden wir diesmal auch nicht zusammenarbeiten. Alle Mantra hat ja Tares. Sie haben nichts gehört. Verstanden? Wo ist überhaupt ihre ID-Supplement? Hier. Na gut. Und was stimmt damit nicht? Ja, wir werden nicht zusammenarbeiten. Es ist so ein verlockendes Angebot, ja. Von wegen Familie sicher und so. Aber wir selbst werden eingesperrt. Das können wir gerne niemanden probieren. Eigentlich können wir das beides probieren. Nein. Wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das jetzt durch. Wir werden nicht mit ihnen zusammenarbeiten und spielen das Spiel so durch, wie wir es machen wollen. Wenn ihr es selbst rausfinden wollt, kauft euch das Spiel. Antigria. Was ist denn hier? Stimmt doch irgendwas nicht. Shortcurly hier. 58 Kilogramm. 1,66. Na gut. Noch mal Glück gehabt. Oder? Ja doch. Ich weiß es gar nicht. Geht heute alles drunter und drüber. Ist mir auch egal. Wir werden nicht scharf schießen. Wir werden das Betäubungsgewehr nehmen. Vielleicht diesmal mit dem Betäubungsgewehr auf ihn. Prabhu Sharmila. 43,45 Kilo. Ach, die Arme. Guck mal, wie abgemagert die aussieht. Das sind doch nicht dieselben Fotos. Jetzt kommt es wieder. Ja, ja, ja. Das bin doch ich. Das ist ein altes Bild. Zu alt ist er noch gar nicht. 36. Über 50. Was? Ach, Sharmila. Okay. 1,3. Matching Data. Dann ist es doch. Okay. Willkommen. Wir nehmen das Betäubungsgewehr. Schießen auf den Eindringling und versuchen, den Roten auch noch zu treffen. Damit bekommen wir den Roten festgenommen und retten so ihn davor, dass er Agenda schießt. Damit, das ist ja, weißt du, das ist ja nur gut. Johann Irrwall. O-E-K-H-H-H-U-M-A-T-A. Gültig, gültig, gültig. Widows Peak. Das wird dann wohl das hier sein, ne? 82 Kilo. 1,66. Approved. Ja, das machen wir. Das ist ein guter Plan. Betäubungsgewehr. Schuss. Schuss. Betäubungsgewehr. Schuss. Schuss. Guten Morgen. Papiere bitte. Deutsch Pau. Mir? Mir geht's gut. Warum fragen sie? Uff. Gültig. Sieht gut aus. Female. Female. Brille hat sie auch. Brille. Gesucht wird sie nicht. Pau. V-X-R. Die 14 Tage. Was haben sie gesagt? 14 Tage. Okay. Hm. Aha. Herzlich willkommen. Passen Sie auf sich auf. Wenn Sie da rausgehen. Warum? Ach so. Von mir wissen Sie nichts. Guten Morgen. Papiere bitte. Nikolai Brun. Nikolai Brun. Nikolai Brun. Schottkopp. 93 Kilogramm. Das stimmt. Gültig. 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 Manufacturing. Nikolai Brun. 2. J. K. L. L. Hapadu. Ist okay. Glaube ich. Alles raus. Bevor der Anschlag stattfindet. Damit mir noch das Geld mitnehmen. Keine Ärger verursachen. Nicht, dass mir heute Ärger warten würden. Einen schönen guten Morgen. Ja, Mann. Jam, Nell. Ja, Mann. Äh. Jetzt ist es weit. Okay. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Jetzt ist es weit. Zack. Einmal. Zweimal. Oh, da habe ich auch viele getroffen. Oh, da habe ich auch viele getroffen. Aber der Rote war dabei. Jetzt haben wir beide nicht, nicht das eine, nicht das andere. Jetzt sind wir festgenommen. Die Familie ist nicht sicher, weil wir nicht den Scharfschützen genommen. Die Strafe ist Zwangsarbeit. Unsere Familie wird befragt werden, ob sie damit verstrickt sind. Und die kannst du nicht offen bleiben mit einem anderen Inspektor. Glory, Dua, Totzka. Genau, the peers from under the cell door. Eine, äh, hier. Ja, die Familie ist sicher. Aber unser Target, also unser, äh, ja, unser Ziel, Person, hat sich erholt. Und der, äh, Ersatzinspektor zeigt sich nicht kooperativ. Die EZIG kennen. Kann uns keine weitere Unterstützung geben. Aber die Familie wird nach Obristan gebracht. Viel Glück. Oh mein Gott, hoffentlich können wir da weiterspielen, wo wir aufgehört haben. Ending 10 von 20. Jetzt haben wir ungewollt schon wie viele Enden gesehen. Sehr schön. Wer sich dafür interessiert, der kann hier nochmal angucken. Ich hoffe inständig, dass wir das hier weiterspielen können. Ja, 103, das sieht doch sehr gut aus. Polio, ja. 15. Dezember, das ist ja 82. War das der Tag? Ja, da steht der Mann in Rot. Okay, siehst du, das haben wir davon. Ne, diesmal. Heute gibt es eine längere Folge. Das beruhigt mich ein bisschen jetzt erstmal. Oh. Bin wieder zurück über den Platz. Okay, mir geht es schon besser. What? Ah ja, wir sollen alles genauso machen wie... Nee, ganz rund. Die schönen Künste. Li... Jong... Jong... Li... Jong... Li... Acht... Güldis... 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 103 Kilo. Ja, ja. Gut, Künstler halt, ne? Künstler. Künstler mit dem Wohlstandsbäuschlein. Da wisst ihr so vor, das kann keine Kunst sein. Ein Künstler, der muss leiden. Der muss hungern. Der muss... Arztrokanisch leben, wollte ich mal sagen. Hide. Thumbraint. Ach. Hey, hi. Halala, der Mann in Rot. Nee, nicht mit mir. Nicht mit mir. Shoot to kill. Pfff. Weg damit. Den brauchen wir gar nicht. Wir werden unser Betäubungsgewehr nehmen und den Einträglichen erschießen, anschießen, so wie das von uns gefordert wird. Und das war es dann. Wladimir Davjanovic. Diese E-Zig hat mich jetzt schon zweimal hier den Job gekostet. Da. Ich könnte nicht früher kommen. Gibt es noch einen Kunde, sich irgendwie festzunehmen? Achso. Hier. Ich hätte dann doch gerne die Schwerkriminellen für heute gesehen. Bist nicht dabei. Hast doch noch mal Glück. Die Night. Reason. Ciao. Mach's gut. Tschüssi. Guckst du, dass du die Tür bitte für den nächsten Auflässt, wenn du rausgehst? Ein schönen Morgen. Den Ausweis hätte ich gern gesehen. Mit dem Ehemann wollen sie zusammen wohnen, leben. Das freu mich aber. Da. Da werden wir sie natürlich nicht dran hindern, Frau Häusington-Rufska. Ne? Das ist klar. Das ist klar. Da werden wir ihnen keine Steine in den Weg legen. Ich brauche hier nur so lange, um natürlich, ohne drüber zu gucken, das hier zu erproven. Bonsoir. Bonsoir. Have a good time. Ali Le Bleu. Die Papiere bitte. Purpose of a trip. Per Diplomatik. Halala. Da müssen sie als Diplomat eigentlich wissen, dass sie einen Pass brauchen. Den scheinen sie ja hier zu haben. Und was ist der Grund, warum sie mir nicht gleich geben? Karl-Rodanska. Das ist ja der 4-A-W-Pappe. Der Mail. Das sieht gut aus. Arzt-Totzka stimmt auch. Antigria. Wir schauen kurz, ob das hier Antigria ist. Docs. Entrepublik. Grant of a Diplomatic Authenticity. Dokument of a Seal. Antigria. Da stimmt doch was nicht mit dem. Aber da, ja, sieht's. Das, das, das hier, ne? Ach, wir haben doch einfach die Möglichkeit zu gucken. Ja, stimmt. Okay. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Aber sie war mir sehr verdächtig. Veruhrt haben sie keinen Ärger. Und schicken sie in den nächsten bitte rein. Jetzt war es die Stadt. Die Stadt war es. Ich wusste doch. Jedes Mal, wenn sie was vergessen. Ich werde hier hinziehen. Immigrate Forever. Wo ist ihre ID-Supplement? Und was stimmt mit ihrer ID-Supplement nicht? Hier it is. Ja, ja. Mohawk. Äh, ja. Kann man so sehen. 76 Kilo. 1,94. Der ist doch keine 1,94. Mit dem Mohawk vielleicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie wäre es, wenn sie gar nichts sagen, mir ihre Fingerabdrücke geben? Äh, Nikolai Valkov. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Haben Sie doch mal Glück gehabt. Nikolai Valkov. Äh, Gültisch. 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 Mohawk. Mann. Antigria. 5B. Dapa Hudapa. Immigrate Forever. Ah, jup. Haben Sie mal Glück gehabt, ne? Aber ich habe gar nichts falsch gemacht. Trotzdem haben Sie Glück gehabt. Kennt ihr das, wenn ihr in irgendeinem Amt oder beim Amt, bei der Musterung war das so. Oh, Georgie. Was? Isaac? Du bist gar nicht Georgie. Entschuldigung. Ich habe es verwechselt. Isaac Ikeroschka. Isaac Ikeroschka. B-b-b-b-b-b-6ke-Uda. Da-da-da. Aha. Aha. Boll. Ja. Sieht soweit ganz gut aus. Schon lange nicht mehr. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Wir haben schon zwei Citations. Wanted Criminal. Seit Monaten gab es kein Wanted Criminal mehr. Mustache. Das ist sogar ein Mustache. Das ist ein Vollbart. Okay, los geht's. Zack. Papier. Bam. Bam. Hu hu hu. Easy. Da läuft er weg. Was heißt das? Der Tag wurde abgekürzt durch einen Terroristenanschlag. Und jetzt können wir tatsächlich ein Klasse 7 Apartment aufsteigen. Wir hätten das Geld, aber... Ne. Wir sparen es lieber. Ihr seht schon, wir haben heute wieder Verluste gemacht. 50. 65 hätten wir verdienen. Wir haben noch 40 verdient. Das ist ein Minus von 25. Wir haben noch 105. Ich traue es mir nicht so, jeden Tag so gut zu arbeiten, dass wir das Klasse 7 Apartment hoch können. Kann die Wand halten? Die Sicherheit der Grenze wird ständig in Frage gestellt. Aber was soll's? Wann mache ich eigentlich mal eine Pause? Gar nicht mehr oder was? Ich mache jetzt eine Pause. Kommt da noch was? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Son.